Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael Leidl. Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin selbstständiger Medienproduzent, Foto- und Videocoach. Und heute geht es in meiner Playlist Fotografieren Lernen mit einer weiteren Folge für Anfänger weiter. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Teleobjektiv befassen. Welche Tipps und Tricks sind zu beachten im Umgang mit einer Tele-Brennweite? Und ja, ich versuche alle Tipps und Tricks in dieses Video mit reinzupacken, die mir so einfallen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Ja, bevor ich dieses Video gemacht habe, dachte ich mir, Mensch, fährst du raus in die schöne Natur. Da gibt es ja so einen schönen Platz mit einem Weiher im Hintergrund. Und das sieht doch bestimmt ganz nett aus, wenn wir schon so ein tristes Wetter haben. Ja, jetzt ist der Weiher natürlich abgelassen und ich stehe vor einem wunderschönen Matschloch. Also so viel dazu, dass ihr eine schöne Kulisse habt. Aber darum geht es natürlich in diesem Video heute nicht. Heute geht es ja um das Teleobjektiv. Bevor wir richtig einsteigen, noch kurz Werbung in eigener Sache. Die Namibia-Workshop-Reise am 1. Mai 2021, muss ich dazu sagen, denn ich weiß nicht, wann du dieses Video schaust, geht in die heiße Phase. Es haben sich schon einige Teilnehmer angemeldet. Vielen Dank dafür. Und wir haben aber auch noch Plätze frei. Deswegen werde ich das jetzt in den folgenden Videos auch immer mal wieder kurz promoten. Ich hoffe, ihr haltet das aus und danke euch für euer Verständnis. Also wenn du raus willst aus dem Corona-Wahnsinn, Deutschland mit seinen vielen Menschen und mit mir einfach mal ein bisschen fotografieren willst in Namibia und du kannst dir das leisten, dann einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Da kommst du direkt zur Reise und kannst dich dort komplett risikofrei anmelden. Solltest du das Video jetzt zu einem späteren Zeitpunkt schauen und dir denken, Mensch, Mist, der 1. Mai 2021 ist schon vorbei. Ich möchte aber trotzdem gerne mit dem Michael mal auf eine Fotoreise oder auf einen Workshop gehen. Dann schau einfach bitte mal auf meiner Webseite nach www.amazingnature-alpha.com. Dort findest du immer alle Angebote zu persönlichen Coachings, Fotoreisen und Workshops. Okay, was sind denn die Kernkompetenzen von so einem großen Objektiv? Natürlich können wir damit Gegenstände, die sehr weit weg sind, sehr nah heranzoomen. Es gibt verschiedene Brennweiten. Das hier ist ein Zoom-Objektiv, ein Tele-Zoom-Objektiv. Das bedeutet, wir haben hier eine Brennweite von 200 mm bis 600 mm. Hier das Sony 200 bis 600, es gibt aber auch genauso gut Objektive 100 bis 400 oder 70 bis 350. Das sind alles schon Telesooms. Damit gelingen uns natürlich gerade in sportlicher Hinsicht, aber auch in der Natur sehr schöne Nahaufnahmen. Gerade dann immer praktisch, wenn wir nicht so nah an das Objekt rankommen. Der bessere Weg allerdings ist natürlich immer, nah an das Objekt ranzukommen. Das bedeutet, es ist natürlich viel besser, vielleicht ein Tarnzelt in den Wald zu stellen, mit Genehmigung natürlich. Und dann ein Reh in 4-5 Meter Entfernung mit so einer Optik zu fotografieren. Oder auch mit einem 70-200, weil wir vielleicht mit einer f2.8 besser freistellen können. Als wenn das Reh einfach nur am Horizont ist und wir das ranzoomen müssen mit 600 mm. Also, das heißt, die Brennweite, die lange Brennweite an sich ist immer ein Kompromiss. Wir würden am liebsten immer lieber gerne näher rangehen, weil wir dann einfach optische Fehler wie zum Beispiel Luftflimmern vermeiden. Das ist schon mal der erste Tipp. Wenn ihr mit so einer langen Brennweite unterwegs seid, geht eher raus. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, das ist natürlich nicht immer möglich. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel mit mir in Namibia unterwegs seid, da wird es auch nicht immer möglich sein, dass vielleicht kein Hitzeflimmern zu sehen ist. Und dementsprechend ist es natürlich immer sinnvoll, meistens am Morgen rauszugehen, weil da die Luft noch klar ist. Der Boden ist kühl, deswegen haben wir kein Flimmern über dem Boden. Ich habe ja mal ein Video darüber gemacht, wo ich Rebhühner fotografiert habe und danach ganz enttäuscht festgestellt habe, wie unscharf die geworden sind. Das war aber nicht an dem Objektiv gelegen, sondern einfach an dem Hitzeflimmern. Denn durch die starke Brennweite verdichtet ihr das über dem Boden, das flimmert und dann wirkt euer Objekt unscharf. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, Tipp Nummer 1, immer rausgehen bei klarer Luft, bei klarem Himmel. Bei Dunst- oder Hitzeflimmern verdichtet ihr das Ganze noch und ihr habt ein unscharfes und unschönes Bild. Das war Tipp Nummer 1. Momentan ist hier an dem Sony sogar noch ein Telekonverter montiert. Den seht ihr vielleicht hier hinten ganz, ich weiß nicht, ob es noch im Bild ist. Hier hinten ist ein kleiner Telekonverter, 1,4-fach montiert. Das bedeutet, ihr könnt die Brennweite nochmal verlängern um den Faktor 1,4. Was der Telekonverter aber wiederum für Nachteile hat, das seht ihr in einem weiteren Video. Da gehe ich mal speziell darauf ein, das ist ein Thema für sich. Im Umgang mit einer langen Brennweite ist es natürlich immer hilfreich, ihr habt ein Stativ am Start. Aber Vorsicht, das Stativ ist sehr unmobil. Das heißt, wenn ihr euch bewegen wollt, wenn ihr euren Platz sehr schnell verändern müsst, weil vielleicht euer Tier, was ihr da fotografieren wollt, immer weiter zieht, dann ist so ein Stativ oft hinderlich. Deswegen gibt es einen schönen Trick für Teleobjektive und zwar könnt ihr ein Einbeinstativ verwenden. Ein Einbeinstativ, also ich mache das jetzt hier mit dem Tink-Tink-Wing, das hat ja so schlanke Beine, da kann ich die drei auch zu einem Einbein sozusagen zusammenfassen. Ein Einbein hat halt immer den Vorteil, dass ihr viel mobiler unterwegs seid. Ihr habt eine Abstützung nach unten, ihr macht ja eh meistens kürzere Verschlusszeiten. Ihr macht ja jetzt hier keine Langzeitbelichtung von fünf Minuten oder so. Das heißt, ein Einbeinstativ ist eine schöne Möglichkeit, mobil zu sein, das schwere Objektiv nicht ständig tragen zu müssen. Das ist nämlich der zweite Punkt dabei und der dritte Punkt ist, dass ihr trotzdem durch die lange Brennweite, haben wir natürlich immer ein bisschen Zittern, dann könnt ihr das eben damit abstützen. Das ist eben auch ganz schön. Deswegen rate ich euch immer zu einem Einbeinstativ, ein Tripod, also mit drei Beinen oder vier Beinen, ist immer etwas hinderlich im Umgang mit einem Teleobjektiv. Deswegen nehmt unbedingt ein Einbeinstativ. Übrigens, warum seht ihr dieses Video gerade? Das liegt daran, dass die Mitglieder Premium und Aufwärts dieses Kanals einmal im Monat über das Thema bestimmen dürfen. Also keine Angst, nicht immer, aber einmal im Monat. Und die Mitglieder haben abgestimmt für Teleobjektiv. Wie fotografiert man mit einem Teleobjektiv? Also könnt ihr euch bei den Mitgliedern bedanken. Wenn du Mitglied werden willst, einfach neben dem Abonnieren-Button mal draufklicken. Dann stelle ich dir die Mitgliedschaft vor. Okay, wenn wir jetzt aber kein Stativ haben, dann könnt ihr natürlich auch aus der Hand fotografieren. Früher hat man gesagt, damit man nicht verwackelt, nimmt man eine so kurze Verschlusszeit, indem man den Kehrwert der Brennweite nimmt. Das bedeutet, habe ich 600 Millimeter, muss ich mindestens mit einer 640stel fotografieren, dass ich das nicht mehr verwackele. Das ist heutzutage nicht mehr so. Wir können hier durchaus mit dem eingeschalteten Stabilisator am Objektiv viel längere Verschlusszeiten generieren. Das heißt, wenn ihr gut seid, haltet ihr 600 Millimeter teilweise tatsächlich mit einer 200stel aus der Hand. Ich würde es aber nicht empfehlen, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dass das Bild nicht verwackelt ist, dann würde ich euch immer empfehlen, eine kürzere Verschlusszeit verwenden, die in Richtung dem Kehrwert der Brennweite geht. Also wenn ihr eine 600 Millimeter habt, dann nehmt halt eine 500stel wenigstens. Das ist immer so mein Tipp, nehmt eine 400stel, nehmt eine 500stel bei 600 Millimeter Brennweite. Wenn ihr 200 Millimeter Brennweite habt, dann nehmt wenigstens auch noch eine 160stel, aber lieber dann eine 200stel. Also das immer so im Hinterkopf behalten, eine lange Brennweite verzittert natürlich auch sehr schnell. Wichtig dazu natürlich hier den Stabilisator aktivieren. Das ist der erste Punkt hier bei den Schaltern, auf die ich eingehen möchte. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wie haltet ihr das Objektiv. Wenn ihr natürlich so macht, dann habt ihr auch keinen festen Stand und dann verzittert ihr noch mehr. Das heißt, wichtig ist beim Fotografieren mit einer langen Brennweite ist natürlich immer, nehmt zwei Hände. Nehmt eine Hand unter das Objektiv, die zweite Hand an die Kamera. Führt die Ellbogen an den Körper, damit die sich hier so in der Hüfte so ein bisschen abstützen. Und wenn ihr jetzt noch perfekt seid, dann nehmt das Auge an den Sucher, denn dann stützt ihr auch noch mit diesen Knochen hier am Kopf den Sucher und die Kamera nach hinten ab. Das heißt, ihr habt so den ruhigesten Spot, wenn ihr noch ruhiger gehen wollt, müsst ihr in die Hocke oder in die Knie runter gehen, damit ihr vielleicht auf dem Knie mit dem Ellbogen das abstützen könnt. Mache ich auch sehr oft, wenn ich irgendwo im Gebüsch sitze und auf irgendwelche Tiere laue, dann setze ich mich tatsächlich auf den Boden und kann dann mit den Ellbogen perfekt diese Optik auf dem Knie ablegen oder eben die Optik gleich selber auf dem Knie ablegen. Das ist wirklich schön. Machen übrigens auch die Scharfschützen oft, dass sie irgendwelche Gliedmaßen nehmen, um ihr Gewehr nochmal zu stabilisieren. Ähnlich ist das hier auch. Also das ist eben der weitere Tipp, an den Körper ran mit der Kamera abstützen, mit dem Auge zwei Hände verwenden. Ein weiterer Schalter hier am Objektiv ist zum Beispiel der Fokuswegbegrenzer. Für was ist denn der jetzt wieder gut? Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, den kompletten Fokusweg zu durchdrehen. Also wenn ihr jetzt irgendwo da hinten einen Reh seht, dann hat die Kamera die Möglichkeit, den kompletten Fokusweg zu durchdrehen und das Reh irgendwann zu fokussieren. Der Punkt ist aber, das dauert manchmal zu lang. Also das dauert, sagen wir mal, 0,5 Sekunden. Aber bei Tele ist halt manchmal Zeit wirklich wichtig. Deswegen wollt ihr jetzt vielleicht in 0,1 Sekunden den Fokus schon scharf haben. Dann empfehle ich euch einfach hier, wenn ihr ein Objekt habt, wo ihr sowieso wisst, dass das weiter weg ist wie drei Meter zum Beispiel, dann schaltet hier einfach auf 2,4 bis 10 Meter zum Beispiel. Also wenn ihr wisst, das Objekt ist definitiv zwischen 2,4 und 10 Meter, dann schaltet diesen Schalter ein. Denn dann durchdreht das Objektiv nur noch in diesem ganz kurzen Weg und dann habt ihr eben sehr schnell den Fokus auf dem Punkt. Nachteil ist natürlich, wenn euer Objekt über die 10 Meter geht, dann müsst ihr hier wieder schnell umschalten. Das habe ich auch öfter das Problem, dass wenn ich das begrenzt, dann geht das Objekt wieder außerhalb diese 10 Meter raus. Und dann muss ich hier natürlich daran denken, dass ich wieder auf Full gehe, weil sonst habe ich natürlich keinen Fokus auf dem Objekt. Außerdem habt ihr noch die Möglichkeit hier bei dem Objektiv, weil es gibt auch beim 100 bis 400 ist das glaube ich 3 Meter bis unendlich. Und hier sind es 10 Meter bis unendlich. Das heißt, wenn ihr wisst, dass euer Objekt definitiv über den 10 Meter Distanz zu euch hat, zum Beispiel ein Rennwagen oder so und der ist weiter weg, dann geht unbedingt hier auf die Begrenzung. Denn es ist auch natürlich bei Planespotting super, wenn ihr Flugzeuge fotografiert, die sind sowieso weiter weg wie 10 Meter. Da unbedingt den Schalter umlegen, denn dann ist die Kamera noch schneller auf dem Punkt. Übrigens, ihr solltet so eine schwere Kamera niemals hier hinten an der Kamera auf euer Stativ bauen. Also wenn ihr das so habt, dann solltet ihr auf keinen Fall jetzt hier dieses schwere Objektiv hier dann an der Kamera hängen haben. Die Sony Kameras haben sich zwar in der Hinsicht etwas verbessert, denn wir haben jetzt seit der dritten Generation glaube ich sechs Schrauben am Bajonett. Vorher waren es tatsächlich nur vier kleine Schräubchen, die jetzt dann diese komplette Optik halten würden. Und deswegen gibt es die Stativschelle. Die Stativschelle, die ist nämlich in der Mitte und dann habt ihr nicht nur eine super Balance, sondern ihr habt natürlich auch euer Bajonett geschont. Denn jetzt trägt die Kamera bzw. das Objektiv ja nur noch das leichte Gewicht der Kamera. Von daher unbedingt auf der Stativschelle montieren, damit ihr einfach das Bajonett entlastet und damit ihr eine schöne Balance habt. Genauso halten wir es ja auch. Wir halten eine Hand unter der Stativschelle oder in der Nähe der Stativschelle. Die Stativschelle hat übrigens auch den Vorteil, ich kann das ja mal rumdrehen für euch. Also wir können nämlich hier die Stativschelle öffnen und dann können wir problemlos auch auf Hochkant fotografieren. Das ist immer ganz schön. Also ihr seid trotzdem noch auf dem Stativ befestigt und könnt aber trotzdem zwischen Hochkant und Querschwenken. Am Ende muss ich nur die zwei schwarzen Punkte wiederfinden, damit ich das wirklich schön gerade wieder habe, weil sonst fotografiere ich in Zukunft auf dem Stativ immer schräg. Wenn ihr keinen Platz für ein Stativ habt und ihr seid vielleicht im Fahrzeug unterwegs, das hat man auch gerne übrigens in Namibia oder in Afrika allgemein, wenn man irgendwo wilde Tiere fotografiert und filmt, dann macht man das sehr häufig aus dem Fahrzeug heraus. Und da bietet sich natürlich so ein großes Stativ nicht mehr an, sondern da würde ich euch dann eher einen Bohnensack empfehlen. Auch ein Fensterstativ habe ich schon mal vorgestellt, das wird ins Fenster geklemmt. Aber Achtung, wenn hier die Kamera zu schwer wird, dann möchte ich nicht meine Hand ins Feuer legen, dass dieser Druckpunkt auf dem Glas nicht irgendwann euer Glas zerbersten lässt. Also da bitte Vorsicht walten lassen. Nur bei leichteren Kameras würde ich hier ein Fensterstativ verwenden. Die Sony-Kameras eignen sich natürlich perfekt. Das ist jetzt keine Werbung, da bin ich selber davon überzeugt. Gerade Sony, die Kameras von Sony haben halt darauf geachtet, dass sie wirklich Gewicht sparen. Also Sony baut die leichtesten Objektive auf dem Markt. Egal, ob das das 600mm f4 ist, das 400mm f2.8, die ja jenseits von 10.000 Euro kosten, aber auch ein 200, 600. Vergleich das mal mit anderen Herstellern. Sony ist hier immer der leichteste Hersteller. Auch jetzt das neueste 50mm f1.2 ist das leichteste seiner Art und auch ganz viele andere davor. Also die Konstruktion und die Voraussetzung, das an dem Fenster zu befestigen, ist bei Sony sowieso am besten, sage ich mal. Natürlich bauen die anderen Hersteller auch gute Kameras. Da möchte ich auf keinen Fall mich auf irgendeine Seite schlagen. Ich selber nutze halt viel Sony, deswegen schwärme ich halt immer ein bisschen von denen. Aber im Grunde geht es nicht darum, dass wir damit unbedingt bessere Fotos machen. Das ist immer ganz wichtig. Ihr könnt mit einer uralten Canon oder Nikon oder auch einer Sony natürlich immer noch sehr starke Bilder machen, sehr ausdrucksstarke Bilder. Viel wichtiger ist das Können und das Motiv als die Kameratechnik. Das nochmal vorne weg, bevor ich wieder zu viele Daumen nach unten bekomme. Übrigens, ihr könnt gerne dem Video einen Daumen nach oben gehen. Das unterstützt mich, das unterstützt den Algorithmus. Und das ist auch wichtig, dass das Video häufig dann auch gefunden wird. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne einen Daumen nach oben geben. Okay, wenn ihr also aus dem Fahrzeug fotografiert, ist es vielleicht manchmal hilfreich, einen Bohnensack zu verwenden. Das ist halt einfach ein Sack mit Kirschkernen oder Bohnen oder Reis drin. Den könnt ihr schön bequem um das Fenster herum legen und könnt da einfach eure Kamera aufliegen lassen. Das könnt ihr aber auch an jeder anderen Mauer oder Kante genauso machen. Wenn ihr irgendwo so einen Mauervorsprung habt, dann könnt ihr da auch euren Bohnensack drüberlegen. Bitte macht das aber nicht unbedingt am Wasserloch in Namibia. Da habe ich mal ein Erlebnis gehabt mit einem älteren Ehepaar, zwei Engländer. Die haben da ihren Bohnensack hingelegt und jeder war mucksmäuschenstill. Und die hatten halt echt noch so eine uralte Canon, die mit drei Bildern die Sekunde so klack, 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 klack. Und dann haben sie ständig mit dem Bohnensack rumgeraschelt. Das hat mich dermaßen genervt. Ich meine, klar, ich war nicht verärgert, aber es ist halt trotzdem irgendwie blöd. Man möchte vielleicht auch eine Tonaufnahme von den prustenden Elefanten am Wasserloch haben. Und dann hat man ständig diesen Lärm im Vordergrund. Modernes Fotografieren geht anders. Man muss es einfach lautlos fotografieren und die Leute wundern sich, wie ihr da so still steht und trotzdem schöne Bilder machen könnt. Okay, wieder zurück zum Thema. Warum gibt es denn eigentlich weiße Objektive? Ihr seht, das Objektiv war ja eigentlich mal creme beige oder weiß oder lichtgrau, wie man das nennen will. Und ich habe das jetzt wieder dunkel geklebt mit so einer Folie. Das Video verlinke ich euch mal am Ende. Die Folien gibt es in Taiwan zu kaufen, aber die sind auch sehr, sehr teuer. Also nicht unbedingt so klasse, weil in Deutschland gibt es halt einfach noch keinen Vertrieb dafür. Trotzdem, ich habe die Folie gratis bekommen, deswegen habe ich die dann mal drauf gelassen. Und der Punkt ist halt der, ihr habt halt damit in der Natur euer Objektiv ein bisschen abgedunkelt, weil die helle Farbe halt bei den Tieren doch sehr schnell auffällt. Aber warum sind die denn dann hell, die Objektive? Hat das irgendeinen technischen Effekt? Viele haben ja immer behauptet, dass das vielleicht was mit der Wärme zu tun hat. Und natürlich, das ist nicht falsch, gerade früher hat man das gerne gemacht bei sehr teuren Profi-Brennweiten, die natürlich dann auch viel Metall und Glas haben. Dass wenn eben der Profi-Fotograf im Olympiastadion steht und den ganzen Tag Fußballer fotografiert und es hat 40 Grad im Schatten und die Sonne knallt aufs Objektiv, dann ist es natürlich schon so, dass das sich ganz schön ausdehnt. Und das kann natürlich auch negative Auswirkungen haben. Trotzdem würde ich das nicht überbewerten, denn zum Beispiel das Sigma 150 bis 600 ist schwarz. Das ist ja auch eine sehr lange, sehr schwere, sehr hochwertige Brennweite. Und dann hätten die ja massive Probleme dann mit der Optik. Also das würde ich nicht überbewerten. Ich denke einfach, dass die Hersteller, das ist halt so traditionell so, dass Objektive, die hochwertiger sind und höherwertig sind in der Preisklasse, vor allem aber auch Teleobjektive gerne in Cremeweiß oder Lichtgrau lackiert werden, weil sich das einfach besser verkauft. Jeder, der so ein Objektiv sieht, weiß von Weitem schon, das Objektiv ist hochwertig. Dass ich damit nicht angeben will, habe ich bewiesen damit, indem ich es wieder dunkel geklebt habe. Okay, einen Tipp gibt es noch mit den Brennweiten. Ich blende euch da mal passende Bilder dazu ein. Und zwar können wir damit wunderschön Dinge verdichten. Ja, zum Beispiel gerade auch Städte oder dicht bebaute Straßen irgendwie. Ja, wenn ihr da reinzoomt mit 600 Millimeter, aber auch mit 200 Millimeter oder mit 400, ja, dann wird das so wunderschön gerafft und verdichtet. Das kann manchmal einen ganz starken Bildausdruck geben. Außerdem haben wir da den Vorteil, dass wir keine Verzerrungen haben. Mit einem Teleobjektiv habt ihr sehr gerade Linien. Also wenn ihr mit einem Weitwinkel unterwegs seid, dann ist ja immer alles so gebeugt und die Linien stürzen. Wenn ihr aber mit einem Tele in eine Stadt rein fotografiert, dann verdichtet ihr den Horizont. Da gibt es ja ein ganz berühmtes Bild. Da fliegt ein Jet an einem Hochhaus vorbei. Und der Fotograf hat das so nah ran gesoomt, dass man wirklich denkt, das Jet ist vielleicht nur zwei Meter von dem Hochhaus entfernt. Ja, weiß nicht, die Aufnahme kann ich ja euch mal einblenden. Das erreicht ihr eben mit einer sehr starken Brennweite. Das heißt, die Dinge werden verdichtet. Und das wäre jetzt der Tipp am Schluss noch gewesen. Ich habe euch gesagt, wie ihr damit fotografieren müsst. Ich habe euch gesagt, dass ihr Luft- und Hitzeflimmern vermeiden müsst. Dass ihr vielleicht das Ganze auf einem Einbeinstativ abstützen solltet. Dass ihr es in der Mitte montieren solltet. Ich habe euch den Kehrwert näher gebracht, dass ihr den Stabilisator einschalten müsstet, solltet. Und dass ihr eben auch die Fokus-Wegbegrenzung nutzen könnt. Mich hat es gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit mit vielen schönen Fotos. Und vielleicht schaut ihr euch mal in der Playlist fotografieren, lern von mir um. Denn da gibt es noch ganz viele weitere Anfänger-Videos. Euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!